Hey Freunde, nachdem wir nun Platz 5 uns angesehen haben, tun vor paar... was? Hey Freunde, nachdem wir Platz 5 uns angesehen haben, und zwar war das Ice Lady oder Lady Ice und uns das Spiel ziemlich die Hosen voll gemacht hat, da hab ich mir jetzt Platz 1 rausgesucht von der Asylum Jam. Es ist ein Spielchen, das in 48 Stunden erstellt wurde für diejenigen, die jetzt erst einschalten. Und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird, außer ein weißer Screen, der wirklich toll ist. Ein toller weißer Screen. So seh ich jetzt eigentlich, wie dreckig mein Bildschirm ist. Nein. Nein. Okay. Aha. Okay. Drei Wege, ich soll mir einen aussuchen und dann gibt das kein Zurück mehr, oder was? Deswegen heißt das Spiel auch Choices, ne? Also Entscheidungen. Aha, aha, irgendwas mit, ähm, Religion, wow, das sieht, ähm, interessant aus, haha. Ich muss sagen, das hier, das hier, das spricht mich sehr an, muss ich sagen, keine Ahnung, ich stehe auch drauf, auf, äh, to-toten Köpfe, weil es gefällt mir einfach vom Stil her, jedem das Seine, ne? Oh, gut, dann gehen wir einfach mal geradeaus jetzt. Und schauen wir mal, was wir ausgewählt haben, okay, die Tür ist zu, es gibt kein Zurück mehr, richtig, das hat er gesagt, das hat er gesagt. Nein. Nein. Ist das, warum du hier bist? Nein. Du bist hier, weil du bist der Grund, warum all of these people lost their lives and family numbers. Hi, meine Güte, du bist riesig, oder? Ich bin verdammt klein. Ha, hat wahrscheinlich mich eingescannt und Lebensgröße bin ich hier gerade da. Oh, Mann, ey. Gut, was ist hier los? Ich bin jetzt hier, es werden immer mehr, dass da hinten ist ein Kind. Oh, selbst das Kind ist größer als ich, Mann. Wow. Okay, es werden immer mehr, was, 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 was das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Wow, 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 hey, 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 hier ist Prackdansen verboten, Mann, hast du das wirklich nicht gesehen am Anfang? Deswegen gehe ich auch hier nochmal und Prackdansen nicht durch die Gegend. Wow. Okay, ich gehe einfach aufs Licht. Ah! Oh, nein. Sie sind dann you. Oh, nein. Oh, nein. Ihren. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein! Oh, das istwwww Was zum... Hör auf, dich abzuschießen! Warte mal, ist das jetzt vorbei oder kann ich das hier aufheben und... Nein! Nein! Das Ding geht los, Mann! Bring dich jetzt um oder lass diesen Scheiß jetzt! Heilige Scheiße! Ich wollte schon immer in einem Meer voller toter Menschen baden! Yay! Jeden das Seine! Hey! Dagobert Duck hat einen Geldspeicher, ich hab halt einen Menschenspeicher! Ähm, gut, und das ist jetzt mein Ziel! Also, ich hab so verstanden, dass ich ziemlich viele auf dem Gewissen habe, viele tote Menschen... ...und das einfach nicht auf meiner Last tragen kann und mich jetzt erschieße. Aber immer verdammt nochmal daneben schießen und auszusehen die Lampe treffe... ...und das Licht dann ausgeht. Ich hab keine Ahnung, ähm, ob hier noch etwas passiert. Aber ich würd sagen... Ich würd sagen, ich, äh, schau mich noch gerne an, wie ich... Au! Hör auf! Okay, Jesus, mal gucken, was du für uns hast, hä? So, da bin ich wieder. Na, was gibt es hier? Keine... Tot... Ja? Ja? Ist es, weil du religiös bist oder du möchtest das Schild? Anyways, es ist nicht wichtig. Okay. Was wichtig ist, dass du hier... ...alive, living a life, which you should really appreciate. Ich mach nur ein bisschen das Spiel leiser. Ich nehm nur so ein paar. Ich hab gelernt aus meinem ersten Versuch. Äh, na... Zum heiligen Scheißdreck. Was zum Teufel? Ich werd das für euch leiser machen, das Ganze. Bisschen komprimiert, weil... Junge, das ist verdammt laut. It's a boy. Okay, wir haben ein boy. Okay, oh nein, da kommt jetzt noch ein Geräusch. Ähm. Mommy, ready for your first day of school, honey? It's okay, I'll be right here. When you get out. Okay. Ich hab da so ne schlechte Voraushahnung. Man, irgendwas Böses wird passieren. Mommy, I'm sick of you just thinking you can do anything around here. Daddy, shut up, Mommy. Where are you going? Anyway, that's not here. Oh, Mommy, Daddy streiten sich, während ich in der Schule bin. Und gleich komm ich nach Hause und alles ist... Alles ist zerstört. Die ganze Familie. Mommy, wow. An A on your math test. Let's go get ice cream to celebrate. Ach du Scheiße, ist das jetzt... Oh Gott, da ist noch ziemlich viel zu lesen, Mann. Congratulations, college grad. What do you think you're going to do now? Oh, ist es jetzt das gesamte Leben und am Ende war das alles umsonst, was du hier erlebt hast? Boss, I want these papers finished and stacked nicely on my desk by tomorrow or I'm cutting your pay. Hey, hier kommt schon der Job, weißt du, den du machen musst für Geld, wo du eigentlich nicht arbeiten musst. Aber der letzte Ausweg ist halt dieser Job, um zu überleben. Ashley. Hey, I'm new around here. Do you think you can show me how to use the computer? Oh, und da nähern wir uns jetzt dem ersten Mädchen. Na, wird das so. Wedding direkt. Schon geheiratet hier. Wedding efficient. Do you take Brian to be your wedded husband in sickness and in health? Ashley, yeah, I do. I know pronounce you husband and wife you may know kiss the bride. Okay, da haben die schon geheiratet. Hier, Brian mit Ashley. Wunderbar. Ähm, I almost dare just push miss, Mrs. Adams. It's a girl. Diesmal ist es ein Mädchen. Und das klingt genauso scheiße wie der Junge. Susi. Wer ist Susi? Okay, Daddy, do you think one day I could be a famous singer like Lina? Ähm, weiss ich nicht, vielleicht. Ashley, I can't believe our little girl graduated college. It seems like it went by so fast. Ja, die Zeit verfliegt. Ich fühl mich bisschen unwohl, man. Mother, Brian, bevor I go, I just want you to remember one thing. Life is important and it's their choices in life that make it better or worse. Promise me that you will never take life for granted. Warte, warte, Brian, Mother Brian. Ach so, ach so, ach so, ach so, genau. Das war jetzt die, die Mutter, die im Sterbebett liegt. Ashley. Where have you been? How can we be a family if you all do is a good out to bus? And getting drunk all the time. Oh nein, jetzt sind wir auch noch ein Alkoholiker. Scheiße. Doktor, I'm afraid we have some bad news. Mrs. Adams, you have lung cancer. About a 99.9% chance of surviving. But there is a new procedure that we are testing that should work. It has 72% Erfolgsrate. But the problem is that it pretty cost. Ja, es kostet halt sehr viel. Scheiße, man. Oh, oh, God. Was ist hier los, man? Insurance, man. I'm sorry, ma'am, but the producer is just the way to... Okay, können wir nicht bezahlen, klar. Ashley, please, sir. We have been with this insurance company for years and have never asked for anything. But now I'm going to die. I'm sorry, but if we covered just anyone who walked in here asking for a prozedur this costly, we out here... Okay, gut. Er will so weit, man kann kein Geld geben. Scheiße, man. Ähm, I miss her, Dad. I wish she was still here with us. Sie ist gestorben, leider. Blöder Versicherungsmann. Aber der kann natürlich auch nichts. Da-na-na-na. We gather here today to honor the life of Mary, to give thanks for her life and the experiences that we shared and to bless her now that our time together is over. Okay, das ist auch gleich over. Haltet durch, man. Haltet durch. Susan. Hey, Dad. I'm just calling to see how you have been. I haven't heard from you in a while. By the way, I have some great news. Me and Johnny are getting married. Ja, schon wieder das gleiche, ne? Schon wieder das gleiche. Das ist halt der Kreislauf des Lebens, nicht wahr? Wofür das Ganze? I'm sorry, the company is losing money and we made some budget cuts. So we had to let you go. Just think of it as an early retirement. You were almost there anyways. Okay, das sieht aus, als wären es noch zwei Zettel, nicht wahr? Jetzt haben wir auch noch unseren Job verloren. Man, Susan, Dad, I have great news. It's a boy. And guess what? We named him after you. Hey, Brian, lebt weiter, auch wenn wir jetzt sterben. Mehr oder weniger. Daddy, don't let go. Please, don't let go, Daddy. Doch, ich... Ich muss jetzt aufgeben und fall... Und das Spiel hat sich geschlossen. Ah. Oh boy, okay. Ja, das ist halt das Leben. Ne, Überraschung. Das läuft halt manchmal scheiße, manchmal extrem scheiße und manchmal halt weniger scheiße. Gut, was passiert jetzt bei dem anderen? Ich hoffe, das ist wieder kein Textadventure. So, dann schauen wir uns einfach mal an, was hier in der Mitte auf uns wartet. Ich kann mir da drunter jetzt nichts vorstellen, aber lassen wir uns einfach mal überraschen, welcher lauter Sound die Sponsororen vergefaltigen wird. Wie? Well, if you want to know what that painting means, it actually means life. Life, okay. Hat mir das nicht ganz schön. Genau, 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 genau. Auch jemand anderes kann dir dein Leben nehmen, du weißt nicht. Vielleicht ist jetzt gerade die Person aufgestanden, die dir das Leben nehmen wird, weil du gleich vielleicht zum Sport gehst oder sonst wohin, man. Man weiß es nie, man weiß es nie, was oder wen das Schicksal zusammenführt. Das sieht ekelhaft aus, man. Oh, gleich kommt ein lauter Sound, der bereitet euch schon mal vor. Das war's oder was? Ich bin jetzt drunter, jumpen über. Okay, 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 okay. Hör auf, 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 hör auf. Okay. Ah, lass schon. Wo bin ich? Wer bist du? Rekommst du diesen Mann? Er ist die Grund, warum deine Wälder tot ist. Er hat dein Leben verletzt, alles weil es eine Wahl ist. Jetzt habe ich dir die Wahl gegeben. Was hast du denn gemacht? Wenn du diese Leber holst, dann wirst du es in der Zeit. Wenn nicht, dann werde ich deinem Schluss enden. Was? Nein, bitte. Bitte nicht. Oh, das ist das. Ich habe ein Wälder und drei Kinder. Bitte nicht. Oh Gott, nein, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, warte, 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 ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich pull es, ich pull es, man. Wahrscheinlich ist es zu schnell gefahren, oder? Wir gehen einfach davon aus, dass es zu schnell gefahren ist. Ich lasse Leute, die zu schnell fahren, oder lachen, weil die zu schnell fahren ist, das geil ist, Mann. Nein, damit gefährdest du alle und meine Frau. Deswegen auf... Nein! Ach, oh Gott, schrei dich so. Das ist ziemlich schwer, die Entscheidung, ne? Eigentlich weiterleben lassen, aber ich ging jetzt davon aus, dass es jemand ist, der schnell fährt. Wäre das jetzt jemand, der, keine Ahnung, vielleicht eine Bank überfallen hat und meine Frau erschossen hat, wäre es okay. Okay, aber schnell fahren, da habe ich keine, da habe ich keine Bedenken, den, äh, Trigger zu pullen, Junge. Und dann, da habe ich keine Ahnung, oder? Bis zum nächsten Mal.